hallo zusammen schön dass ihr wieder eingeschaltet habt zu meinem nächsten video diesmal wieder nach längerer zeit eine folge meine comic neuzugänge in denen ich euch die sachen präsentieren die ich entweder wie hier ein ding als rezensionsexemplar bekommen habe oder mir selbst gekauft hat wie das hier auf die meisten zutrifft habe ich ja gesagt dass diese dieses format nicht mehr so oft kommt wie früher weil ich ja auch ein bisschen sparen muss wie jeder von euch wahrscheinlich und habe aber ein paar sachen in den letzten wochen gekauft so dass sich wieder eine folge lohnt hier ist auch fangen wir einfach mal mit dem rezensionsexemplar an an dieser stelle noch mal danke an den verlag und zwar an retrofabrik für den sechsten band der masters of the universe da habt ihr aber also einige von euch die sich dafür interessieren wahrscheinlich auch schon die review zu gesehen die kam schon ende letzten jahres da kam der band auch normalerweise mache ich es ja so dass ich erst die neuzugänge in meine comic neuzugänge halt präsentiere und erst dann reviews dazu mache aber das ist jetzt ein bisschen anders gelaufen weil ich hier bei dem format halt jetzt immer so ein bisschen ansammel das kennt ihr also schon wieder ein wunderbares hardcover der sechste und vorletzte band der reihe ich hoffe dass retrofabrik sich dann danach noch anderen sachen widmet die vielleicht für mich auch interessant sind mal sehen sie macht auf jeden fall eine sehr gute arbeit kann man an dieser stelle einfach nur noch mal betonen dann habe ich mir eigentlich nur zwei verschiedene serien beziehungsweise ein event habe ich mir nachgekauft und eine serie nachgekauft von der serie halt einige ausgaben und zwar geht es um die aktuelle spider-man reihe die ich ja auch zurzeit in einzelreviews immer mal rein streue bin ich ja lesetechnisch ja ich habe jetzt also das video zu 34 34 schon aufgenommen bis heft 35 habe ich gelesen das hier ist heft 51 das ist schon der nächste run also der ganze nick spencer run geht ja bis 49 und ab 50 fängt halt der sepp wells run an sepp wells den man auch von früher noch kennt als autor hat ja dann die spider-man reihe übernommen nummantechnisch lief sie weiter läuft auch bei panini weiter im moment dazu später noch mehr heft 51 ist also schon aus dem nächsten run aber immer noch die aktuelle reihe die seite 2009 10 bei uns läuft und in den usa glaub seit 2018 also dieses volume ist das hier heft 52 und wir sehen schon das wird innerhalb des runs auch erklärt ich weiß noch nicht wie und warum und weshalb habe ich ja noch nicht gelesen aber wenn man das hier sieht das ist das kostüm was damals ben riley als spider-man hatte und es ist auch ben riley der da eine hauptrolle spielen wird eventuell als spider-man ja zurückkommt also ich weiß eigentlich schon dass er als spider-man zurückkommt weiß nur noch nicht wie das zusammenhängt hier auch das kostüm aber moderner bei dem anderen weiß ich nicht ob es wirklich das klassische ist sieht von vorne wie das klassische aus könnte aber auch schon dieses moderne sein es ist etwas moderner gemacht wieder als das damals moderne heft 53 hier gegen kraven kraven eröffnet die jagdsaison kraven ein immer gern gesehener gegner von mir zumindest im regulären universum in meinem reread zum ultimativen universum habe ich ja letztens gesagt dass ich ihn da etwas ja nicht so gut also auch schon logisch in der art wie sie ihn angelegt haben aber nicht so gut wie im regulären universum finde hier trifft er auf scarlet spider die er ja selbst mal war das müsste dann ja kein sein der andere klon von peter parker das ist ja kein großer spoiler weil das werden langjährige spider-man fans wissen zumindest die die klonsaga in den neunzigern gelesen haben dann heft 56 hier hat es wieder mit dr octopus zu tun mir gefallen auch die cover sehr überhaupt auch jetzt schon also in der wo ich dran bin in 30er heften gefallen mir die cover sehr gut auch dieses cover hier finde ich richtig schön heft 55 der krankenhauskiller und man sieht halt durch die fenster in einem krankenhaus alles mit spider-man sozusagen umwoben gefällt mir sehr gut wie sie die cover gestalten ja wie gesagt ich hatte ja da bis 50 gekauft und jetzt habe ich halt mal einen schwung nachgekauft heft 57 auch ein sehr schönes cover wie ich finde hier mit den ganzen vielen spinnen also ich hatte mal überlegt umzusteigen auf die paperback serie dann aber das weiß ich noch nicht weil da kriegt man halt diese cover ja dann nur innen und hat halt außen nur ein cover und deswegen das ist auch das schöne an den heften und ich mag ja hefte auch sehr gerne dass du halt so viele schöne cover hast du hast ja innen auch noch ein weiteres cover vom zweiten heft sind ja immer zwei hefte drin in deutschland die nummer 58 ja queen goblin lang lebe queen goblin was es damit auf sich hat weiß ich halt auch noch nicht aber auch ein schönes cover so ein bisschen so halten dass es nicht ganz so spiegelt und dann das letzte spider-man heft was ich mir dann noch geholt habe ist auch müsste also wenn ich das video jetzt relativ zeitnah rausbringen müsste es noch das aktuelle sein heft 59 und was ich sagen kann das habe ich ja eben schon erwähnt dass ich was dazu sagen will dass es ja nummer technisch erst mal weiter läuft diese reihe geht nur noch bis heft 61 dann gab es in amerika auch eine neue nummerierung ich glaube die führen zwar ihre legacy nummerierung also dieses zweite nummer die dann den gesamt anzahl von amazing spider-man heften immer anzeigt weiter aber als hauptnummerierung startete da auch eine neue nummer eins mit glaube ich john rumeter junior als zeichner oder nicht glaube ich das weiß ich sogar ja und in deutschland wird dann ich weiß nicht wie es ist ob sie dann weiterhin hefte rausbringen der markt verändert sich ja im moment aber auf jeden fall wird diese reihe mit heft 61 dann zu ende gehen dass hier ist heft 59 wieder mit der goblin queen oder queen goblin und ja mal sehen wie es danach weitergeht mal sehen wie ich dann auch kauftechnisch danach weiter dabei bin vielleicht steige ich dann auf die paperbacks um das weiß ich noch nicht genau das waren die sachen eine sache fehlt jetzt noch in diesem kauf und zwar eine sache die mir sehr wichtig war das zu bekommen und das ist gar nicht so einfach zu bekommen jetzt dadurch dass panini ist jetzt wieder im shop oder erstmals im shop hat geht das aber eigentlich kann das bei einem anderen verlag heraus und zwar bei hachette die schwarze collection geht ja noch weiter die meisten sachen kaufe ich da natürlich nicht mehr aber x-men das mutanten massacre 1 da muss ich natürlich zuschlagen ist eine deutsche erstveröffentlichung soweit ich weiß gibt es halt zwei bände der zweite kommt im märz den hole ich mir auch also habe ich vor mir den auszuholen und die habe ich schon gesehen als die bei panini noch nicht verfügbar war die sind ja immer etwas später verfügbar und bei hachette halt schon draußen waren da wurden die ja gegen die preise auf einmal hoch und weil das müsste halt eine erstveröffentlichung sein und zwar ist das ein ganz berühmtes event aus den 80ern müsste so mitte der 80er sein also die zeit unter anderem wo noch john romita junior an ankenne x-men dran ist hier als künstler chris clermann natürlich der autor louis simon simonsen auch autorin walter simons eventuell als auto oder als zeichner der macht ja auch mal gern beides john romita junior dann terry showmaker jackson geiss kenne ich auch also den terry showmaker nicht so aber jackson geiss dann selbu chema und john bogdanova kenne ich auch ja das geht halt durch die verschiedenen das geht hier durch uncanny x-men x-factor new mutants mighty thor deswegen ist auch bald walter simons dabei der ja diesen berühmten tor an zu der zeit hatte und power pack 27 das sind so kinder die in träumen vorkommen da gab es auch mal eine reihe auf jeden fall ja das berühmte mutanten massaker das wollte ich unbedingt haben also ich sammle ja so ein bisschen also ich versuche halt auch so ein bisschen natürlich x-men events die dann auf deutsch bisher nicht erschienen sind aus den 80ern und 90ern teilweise noch zu bekommen freue mich aber immer wachte da immer so ein bisschen ab ob das nicht doch auf deutsch mal kommt ja und bei chat kommt jetzt zumindest das hier und zwei bänden und wie gesagt da musste ich dann zuschlagen ja das war schon wieder mit dieser folge danke für eure aufmerksamkeit dann schreibt ihr mir mal rein was ihr euch davon geholt habt was für euch interessant ist und ja dann wünsche ich euch natürlich noch einen schönen tag oder schönen abend je nachdem wann ihr das video sehen werdet bis dann ciao